Tonk, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir gehen von Navassa aus und benutzen das Realford da unten und ich habe schon Dockplätze freigemacht. Und zwei Schoner und ein Kriegsschiff hätte ich gerne. Und als Kriegsschiff holen wir uns mal eins von diesen oft aus dem schweren Landen. So, wo soll ich jetzt hin? Nach Süden am besten. Das ist andersrum. Seid ruhig, Männer. Erhebt eure Stimmen, ihr Hunde. Blatt, blatt, der Brüsch. Zwei tausend Meter segeln wir zum Erden und zerstören ihn. Und so, und so, hol ich mir mein Geld, auf das es Gold in meinen Taschen fließt. Und so, und so, ein Taler ist ein Menschenleben nicht wert. Ein Sturm zieht, glaube ich, auf. Ne, doch nicht. Ist ein bisschen du da rechts. Bisschen schon, ne? Bisschen scheiß Engländer. Ja, zieh weg. Der Brexit ist von dannen das Schlimmste, was sie jemals gemacht haben aus der EU-Australien. Die Deppen. Naja. Die Elfte hat nicht dafür gestimmt, muss man dazu sagen. Also das fand ich eigentlich ziemlich ungerecht dem Volk gegenüber. Klatsch. Wir können sogar fliegen durch die Wellen. Ah, muss ich langsam an den Endweg. Komm an. Lauf! Ey, ich seh nichts mehr. Du musst aber nicht das Geld gewinnen. Du auch nicht. Wo ist mein Geld? Mein Geld ist weg. Wie verarschen? Ich seh keinen Frachter Ehe. Schon da sind zwei Maskschäfte. Sind das nicht die Bricks? Du bist eine Fregatte. Ich dachte hier wäre Geldgewinn hoch, aber ich seh gar kein Geld. Holz. Ne. Bist du schon, ne? Ne, du bist eine Fregatte. Äh. Ja, super. Mal eben drehen. Einfach nochmal zurückfahren, mal gucken. Achtzig oben. Hm. Naja. Stirb. Feuer! Ich seh nichts mehr. Feuer! 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 So. So. 5, 4, 3, 2, 1. Wusch. Fertig. Das geht schnell. Es ist immer dasselbe. Immer abends um dieselbe Uhrzeit werde ich angeschwimmen. Das kann nicht wahr sein. Kann man das irgendwie abstellen? Kann man sich dagegen wehren? Ich will meine Bekanntheit verringern. Ich brauche weniger Abos. Das ist eine Fregatte, ne? Ich hätte gerne denn das. Ich will die Fregatte nicht haben. Die Fregatte ist ein Haufen Müll. Ich habe bei der Zwischenanimation hier nie mehr gecheckt, ob die... Was? Achso. Da ist ja noch ein Schiff. Äh? Bereit zu feuern! Feuer! Hilf sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Sie stehen am Großhegel. Los geht's! Sie stehen am Großhegel. Los geht's. Ist das Werbung? Was? Ich sehe keine Werbung. Ne, Werbung ist das nicht. Wieso ruckelt es im Stream? Das ist keine Werbung. Ich werde nicht angeschrieben wegen Werbung. Tadadam! Hm. So viel zum Thema. Hier ist Geld. Geld war es anscheinend nicht. Ja gut, ich habe rumgekriegt, ne? Kann man ja verkaufen. Steuerbord. Da treibt er etwas Frachtgut, Sir. Was ist das denn? Hier kommt immer Werbung oder Nachricht, was das Wetter ist. Äh, ich habe keine Werbung eingeschaltet. Der Stream ist komplett unmonetarisiert. Metall! Schnell! Zöten! 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 Moment, ich unterbreche mal kurz diese Sendung für eine Millisekunde für euch. Okay, es geht weiter. Nee, aber das, 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 das hätte mich jetzt gewundert, dass ich auf YouTube plötzlich Werbung hätte, auf dem Kanten, auf dem Stream, den ich nicht monetarisieren kann, weil ich das abgestellt habe. Das, das hätte mich jetzt gewundert, dass man auf Twitch Werbung kriegt, das ist, das wundert mich nicht, weil hier unten liegen ein Kapitalistenschwein. Gut. Hätten wir es geklärt. So. Meine Ansichten sind so, ich bin, hab nie die Absicht auf Twitch erfolgreich zu werden, weil die Plattform sowieso überramt ist von Dreck. Na ja, geht eigentlich. Aber come on. Das weiste, was da läuft, ist doch genauso das, was auf LTL läuft. Komm. Schieß! Boah, Crit. Nice. Schön in den Arsch rein. Auf dein Zeichen, Käpt'n. Feuer! Kommt die Gasse aus. Royal Navy. Oh, die halten ein bisschen aus. Pschu. Feuer! Feuer! Erreich zum Schießen! Oh, das hat sich gelohnt, der ist halb tot. So, gleich tot. Außer Schuss weiterbleiben! Ach, Twitch nimmt alles mit an Werbung, was geht. Noch ein Crit, geil. Das ist Metall, ne? Ja, das nehme ich auch mit. Werbung abspielen ist kostenlos. Und wenn du das machen kannst bei jedem, dann kriegst du richtig Asche. Das ist scheißegal, ob die das überhaupt dürfen. Das ist halt einfach so. Wenn man bei YouTube die Möglichkeit hat, und die hat man, dann kann man auch sogar auswählen, was man monetarisieren möchte. Aber die meisten machen das einfach eiskalt auf alles. Das ist irgendwie schade. So, für euch ist das jetzt hier gleich fertig. Und zwar jetzt. Hat er mich gerade angespuckt? Ich glaube, der hat mich gerade angespuckt, der Typ da. Dann stirbst du doch jetzt halt. Er hat mich angespuckt. Das finde ich nicht gut. Das war auch nicht. Ich brauche eine Frikade, ne? Das war eine Frikade, denke ich. Ich sage, das war eine Frikade. Was, Lissabon? Wir sind nicht in Lissabon. Na, Holz ist egal. Bist du ein Chona? Ne, du bist eine scheiß Frikade. Du bist eine Brück. Du bist eine Frikade, Frikade. Die Engelina bauen tausend Frikaden, aber nie. Halt zum Maul mit deinem scheiß verfickten Old Billy Wiley. Ich gebe dir gleich Old Billy Wiley ins Maul. Wenn du noch einmal von diesen Deppen singst, mache ich dich eiskalt. Das ist immer noch das R da unten. Ich finde schon eher im leichte Gebiet, aber ich bin im Mittel leicht. Für mich ist Mittel schon leicht. Aber gut. Dann werden wir auch gleich nach oben gehen. Aber tausend, aber Millionen Kreuzer kriege ich hier unten. Also so. Ja. Ist das auch schon einfach? Ne, dann müssen wir ganz nach oben. Wollen wir mal nach Nassau? Ich habe mal einen Kommentar gekriegt, dass jedes Mal, wenn einer einschaltet, ich in Nassau bin. Das war lustig. Sie haben dieses Ereignis entdeckt. Kommt hier nicht rüber. Sehen wir mal zu Fuß dahin. Also zu Fuß, genau. Mit dem Boot zu Fuß. Vielleicht finde ich ja unterwegs noch irgendwie ein Kriegsschiff oder Geld. Von Backwater, Sir. Dort schwimmt Beute. Beute. Halleluja. Ich habe Beute entdeckt. Das erinnert mich die Musik so ein bisschen an Vorlaut. rum. 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 Rum ist Geld. Geld ist toll. Oh, hat der Schwimmer fähig gehabt. Wir haben ihn zwar gesehen, aber ich war nicht nah genug dran. Gott, den Rahm nicht weg. Rum. 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 An Bord. Das ziehe ich mir hin. Und. Kawum. Alles klar für den Aufbau. Feuer! Ja, 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 ja. Das ist der Fall. Feuer! Ein einziger Kriegsschiff! Feuer! Kriegsschiff! Feuer! Ein einziger Kriegsschiff! Feuer! Wo ist ein Kriegsschiff? Bereit zu feiern, Sir! Grund auf den Grund! Ich sehe kein Kriegsschiff. Ach, ich wollte nach Norden. Holz. Rumzucker. Oh, der Zucker ist auch gut. Dann knallen wir die Frickarte noch weg. Setz jeden Fall Segel! Setz auf jeden Fall Segel! Wir reiten die Böe! Heute ist auch so ein merkwürdiger Tag. Die ganze Zeit irgendwie auf der Arbeit Kopfschmerzen gehabt teilweise. Dann haue ich mir eine Tablette rein, war im Halbdelirium und am Abend geht es auf einmal irgendwie tausendmal besser. Nachdem man eine halbe Stunde geschlafen und gegessen hat. Bereit machen zur Kollision! Feuer! Feuer! Dann decken Sie nach! Hilf dem Befehl, Sir! Ja, ich ändere sie jetzt. Und hier lasst ab! Weil ich krieg jetzt Bekanntheit und deswegen muss es weg. So. Und das heißt für euch gibt es einen Schnitt. So. Bekanntheit ist gerade verringern. Es gab schönen Zucker. Gleich mal gucken wie viel wir eingenommen haben. Die sehen doch so aus, als würden sie gleich mitmachen. Gib mir etwas wahr! Hab Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Ach, haben wir das. Das sehe ich nicht so. Äh, erstmal möchte ich gucken, ob die Flotte schon bereit ist. Ich habe off-screen, mal so ein bisschen an der Flotte gearbeitet. Auch ein bisschen... Spiel, was machst du da gar? Auch um so ein bisschen hier Geld einzuladen. So, da können wir mal ein bisschen dran arbeiten jetzt. Angeschlagenes Kanonenboot. Das ist da unten, das sind die Fregatte, ne? Die Athena. Und die Lulz ist dann eine Brick. So. Neuer Status ist sicher. 50. Ich schicke ein Schiff raus für 50. Wie lächerlich. Ich schicke ein Kriegsschiff raus für 100. Naja, das lohnt sich wenigstens. Ja, bestätigen. Lass mich raus. Ich wollte eigentlich Fracht verkaufen, wollte ich eigentlich. Weiß ich wieder. Ich habe nicht vergessen, was ich wollte, als ich durch die Tür ging. Oh, das wird was, glaube ich. Doch nicht. 2040 für... Krass, ich habe schon 7000. Wo kommt das Geld denn her? Ah, fast 15.000. Wir könnten schon die Mörser aufrüsten. Aber ich würde gerne den Ramm-Spaar nochmal erhöhen, damit, wenn ich reinramm, dann auch wirklich 1000 Schaden mache. Also noch 1000 mehr. Also 2000. Und das ist sehr geil. Ach ne, den habe ich gar nicht, den Plan. Scheiße, das kann ich gar nicht machen. Toll, wo kriege ich den denn her? Ach shit. Vielleicht müsste ich da eine von diesen anderen Dingern da machen, ne? Okay, dann würde ich den Schoner... äh, den Schoner erwähnt. Ja, ich mache den Schoner jetzt hier. Der Mörser wird mir nämlich gerade... wird mir dann bald bei den anderen Dingern helfen, bei diesen... 3er-Force, die... sehr schwer sein könnten... dürften. Da ist mir so ein bisschen Feuerkraft wichtig. Ja, ich glaube auch, dass eine Schatz-Karte ist. Wir können auch Schätze... Schätze finden. Schon ist eine Flottenmission erfolgreich, ich war da gerade. Ah, wir haben so einige Schätze. Plan Pelis Pulverfässer. Gehen ans Ruder. Aber Pulverfässer, das klingt fast wie Mörser Typ 4. Das war's eigentlich. Fehlt mir also irgendwo eine Schatz-Karte. Ach hier, vielleicht... ...ne Fundstücke. Da ist auch noch was... Ich habe ja auch explizit... äh, Plan für ein Upgrade! Buh 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 buh... Schnell reise dahin und dann runter. Das sehen wir aber beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ah, ich brauche noch ein Bild. Bild, äh... einfach so, zack. und tschüss